Also, der DDB hat vor Abflug heute auf Facebook noch mal ein paar Fans gefragt für Statements für uns, für unser Series Cup Spiel. Schließt mal ein paar vor, was ganz Gutes dabei. Sebastian Dormann schreibt uns ohne Sieg keinen Rückflug. Da reagiert keiner drauf. Genau, Jörn Strauß, skeptisch. Annabelle Rösiger haut rein. Marc Schmidt macht sie weg. Die Kroaten sind nicht in Topform und ein Rübsdoppel haben sie auch nicht. Also alles möglich. Ursle Diager sagt viel Glück. Daniel Scholler, die erwarten einen klaren Sieg. Barbara Rittner. Sehr gespannt. Macht's uns einfach nach oder vor. Haut rein, Jungs, ihr schafft das. Simone Zucker, viel Erfolg, wir vertrauen euch. Red Pick, bleibt lieber hier. Das wird ihr nichts. Quatsch, ihr schafft das. Klaus Engert, wenn ihr noch einen Cheftrommler wie ihn gar nicht braucht, dann sagt kurzfristig Bescheid, dann komme ich nach. Ansonsten haut rein, ihr packt das. Michael Rothen, hey Kohli, dieses Jahr ist es zwar noch nicht so optimal gelaufen, aber ich glaube fest an dich und drück dir die Daumen für Sackle. Thorsten Freitag, auf geht's Flo, mach es wie beim Viertelfinale in Sackle. Und Janni Schulter wünscht uns die Glück, Jungs. Wenn ihr eure Stärken ausspielt, dann gewinnt ihr. Alles Gute, Leute, oder? Ich bin der Chef vom Lacombe-Haus-Tagripp, dann kriegt er bloß Freikarten. Einmal das auf Kamera. Sehr gut.